Mein Name ist Jenny Carver-Schellenbacher. Ich bin Kuratorische Assistenz im Haus der Geschichte Österreich. Also die Plakate sind auf mehreren Ebenen wichtig. Das Lichtemeer ist unmittelbar auf unserem Bürosenheldenplatz stattgefunden und wir sind dort untergegangen und haben mit den Leuten geredet, warum die da waren und warum es wichtig für sie war. Es ist auch Teil der Haus der Geschichte hat eine Rapid Response Sammelstrategie. Das heißt, wir gehen dorthin und wir holen die Sachen unmittelbar vor Ort ab und wir warten nicht zu schauen, ob das unbedingt etwas ist, das wir später von einem Keller oder sowas bekommen können.